So meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei americansubs.com. Heute mit dem Review zu WIDA Premium EAA Zero, dem EAA Produkt von WIDA. In Amerika wird da eigentlich WIDA ausgesprochen, aber wir bleiben lieber bei WIDA, hört sich cool an. Hier, ich habe das Produkt schon getestet, es schmeckt hervorragend in Tropical oder Pink Lemonade. Das kann ich sagen, es löst sich nahezu. Restlos auf. Also es gibt eigentlich selten ein Produkt, was sich komplett super auflöst. Aber zu 90% löst sich das Produkt auf, deshalb ist es sehr gut. Und der Unterschied jetzt, was viele noch wissen wollen wahrscheinlich, ist der Unterschied zwischen EAA und BCAA. Beim EAA Produkt habt ihr die 9 essentiellen Aminosäuren. Essentiell daher, weil der Körper sie nicht herstellen kann. Also die müssen zugeführt werden. Und BCAA hat nur 3. 3 Aminosäuren, Valin, Leuzin, Isoleuzin. Nur, dass ihr mal den Unterschied wisst. Also ihr holt ihr mit EAA einfach mehr Aminosäuren. Deswegen tendiert man eher zu EAAs. Wobei man sagen muss, Bodybuilder früher, die nur BCAAs genommen haben oder nur gegessen haben, haben genauso gut aufgebaut. Aber ich würde dir zu EAAs raten. Wie gesagt, die von Wider sind gut. Und würde ich eine klare Empfehlung aussprechen. Ihr könnt sie direkt hier im Shop holen. Auch die anderen Wider Produkte und lasst ein Abo da. Schaut wieder rein. Und bis bald auf americansubs.com